Hallo und herzlich willkommen zum Brinni-Log. Ich bin Brinni und das ist mein Log. Und als erstes muss heute mal ein kleiner Shoutout gemacht werden an den Deutscher Grieche. Der Deutscher Grieche ist ein User oder ein Zuschauer von mir schon seit einer ziemlich langen Zeit. Ich hatte auch die Freude, den Guten auf der Gamescom zu treffen. Und er hat mir neulich eine Nachricht geschrieben, hey, ich habe hier dieses Stuff, den ich nicht mehr brauche und möchtest du es haben als Sammler? Und ich habe natürlich nicht Nein gesagt und ich kann dir mal zeigen, was der mir geschickt hat. Nämlich voll geil. Erstmal raschelt es super laut jetzt. Das finde ich sehr cool. Von Dark Souls, die Hellbook Edition für den PC. Finde ich besonders cool, weil ich habe die nicht, weil die gab es glaube ich nur für den PC. Und ich habe mir Dark Souls damals für die Xbox logischerweise geholt und ich habe es mir später ein zweites Mal für den PC gekauft. Also nochmal zur Xbox dazu, weil ich es so gut fand und auf dem PC auch noch haben wollte. Aber dann eben nur die normale Edition. Und jetzt habe ich auch noch die fürs Regal. Super cool, danke dafür. Wie gesagt, Dark Souls ist eines der besten Spiel dieser Art in meinen Augen, habe ich ja oft genug gesagt. Ich persönlich finde, Dark Souls 2 kann nicht ganz anknüpfen, weil es eben dann mehr wieder schon fast schon rollenspielig ist und ich eigentlich diesen Straightforward-Ansatz lieber mochte von Dark Souls 1. Und dann noch für die Sammlung einmal Pinball für den Gameboy. Kannte ich nur den NES-Part von, bin gespannt, ob der sich genauso spielt. Und ein Klassiker, hat er mir auch mit reingeholt, echt ein Klassiker. Kommt da raus, nämlich Metroid 2 für den Gameboy. Das hatte ich nie, Metroid 2. Ich hatte kein Metroid-Spiel ever, weil ich denke mal auch, dass es damals nicht so mein Genre war. Ich war gerade in der Zeit, als Metroid 2 wahrscheinlich erschienen, ist eher so der Jump'n'Run-Spieler und wäre niemals auf diese Art von Spiel gekommen. Darum sehr cool, dass ich das jetzt auch fürs Regal habe. Werde ich auch bestimmt mal reinspielen, 100% pro. Ich habe Metroid 2 zwar schon mal gespielt auf dem... Ich hatte irgendwo ein Port von. Meins war auf der Virtual Console, ich bin da nicht mehr sicher. Und nun kann ich es mal in Modulform spielen, was ich sehr cool finde. So, bleibt da. Brav. Über was können wir so schönes reden? Ja, ich habe endlich ein bisschen Zeit gefunden, GTA zu spielen. Ich bin sehr angetan von. Ich meine, ich habe schon letztes Mal darüber geredet. Ein bisschen, aber nicht viel. Und ja, ich finde es super gut, wie die Geschichte erzählt wird. Da bin ich ein großer Fan des von. Weil das war ein Problem, dass eben die alten GTAs bei mir hatten, dass eben die Art, wie die Geschichte erzählt wurde, mich nicht lang bei der Stangen halten konnte. Ich werde meinen großen Umriss zu GTA dann geben, wenn ich dann irgendwann mal durch bin. Aber warum ich GTA vor allem anspreche, ist, ich habe heute was auf Facebook gesehen. Das ist der Wahnsinn, da wollte ich ein bisschen drüber sprechen. Hi, unser Kids, was macht ihr da draußen? Spasten. Anyway. Anyway, ich habe sowas gesehen von wegen, ja, eine Facebook, die offizielle Fanpage für GTA 5, die sich betitelt hat. Und es hieß halt so, die ersten 21.000, die diese Seite liken und dieses Foto bekommen in GTA. Und dann haben wir so, ja genau. Und es fallen alle drauf ein. Ich dachte mir, was geht denn diesen Leuten vor, die das liken? Allein schon die Rechnung zu machen. Überleg mal, 21.000 mal 60 Euro und so. Und ich dachte mir, was dieses Spiel an Zugkraft hat einfach. Und das hat mich dann noch krass überrascht. Und ich muss, ich glaube, ich habe echt die Wichtigkeit dieses Titels übersehen einfach vollkommen. Mir ist klar, dass GTA ein wichtiges Franchise ist und dass viele darauf gewartet haben. Aber das pure Gewicht dieses Spiels, ich meine, was, ich habe ja nur gehört, zum einen mal, dass das teuerste Spiel aller Zeit bisher war in der Produktion. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, dann hat es mir am Samstag gesagt, oder Doms Bruder, ich weiß nicht mehr, einer von den beiden, was das Spiel in der Produktion gekostet hat. Und dass das Spiel allein durch die Vorverkäufe auf Amazon das Geld wieder reingeholt hat. Wahnsinn. Also ich glaube, es wurden ja Summen mit diesem Spiel umgesetzt. Das ist ungeheuerlich. Ich meine, es hat es verdient. Es ist in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Produkt. Und hat es demnach verdient. Aber diese Ausmaße, die dieses Spiel an Wichtigkeit hat, war mir echt nicht klar. Also dass es halt auch die Leute so umschlägt, muss man davon ausgehen. Und es gab nicht mal einen PC-Release. Das ist ja der nächste Teil. Und da muss ich auch noch eine lustige Artur zu erzählen, die ich gelesen habe. Die Jungs von ScrewAttack, da gehört auch der indirekte Angry Video Game Nerd zu, haben ja ein Spiel jetzt veröffentlicht auf Steam, das Angry Video Game Nerd Adventure. Das ist eben so ein Oldschool NES-schweres Spiel, im Megaman-Stil ein bisschen, mit dem Angry Video Game Nerd in der Hauptrolle. Und sie haben es am Freitag released. Und der Tweet, der dazu gehört, kam am nächsten Tag von Crack Skizmas, dem Besitzer von ScrewAttack, war, yeah, wir haben am Freitag auf Steam GTA 5 out-sailed. Und das ist halt ein super lustiger Gag in meinen Augen. Muss ich nur anlegen. Ich fand das sehr, sehr clever. Aber das ist auch ein schönes, darauf wollte ich mich auch noch hinaus, da kann ich nicht die Überleitung machen. Es gibt so ein paar Spiele gerade, die mich echt interessieren auf Steam, aber die ich irgendwie jetzt diesen Morgen mir nicht holen möchte, weil ich einfach niemals dazukomme, weil sie zu spielen. Und das sind eben zwei Spiele, die zählen eben als NES Hard und er ist sehr retro. Und das sind einmal eben das AVGN Adventure und Volga the Viking. Und gerade letztens, und das ist nämlich sehr stark, weil ich habe erst neulich, vor drei oder vier Wochen, das war vor der Games, kommt glaube ich kurz davor, habe ich ein bisschen wieder Super Ghosts & Goose gespielt. Oder Super Ghosts & Goblins. Ich weiß nie, wie es genau heißt. Ich glaube, es ist Ghosts & Goblins. Ich habe das gespielt und dachte mir so, das ist echt ein schönes Spiel, als Beispiel dafür, wie man besser werden kann, in dem man mehr spielt. Ich meine, das ist teilweise echt unfair. Und man muss ganz schön Trial & Error fahren. Aber man wird eben besser und kann dann Muster entwickeln, mit dem man das Spiel spielen kann. Und dieses Volga soll genauso sein. Ich meine, es hat ja auch ähnliche Mechaniken, wie zum Beispiel, dass man eben diesen vorgegebenen Jump Arc hat. Also man springt und dann kann man seine Traktion in der Luft nicht mehr ändern, was sehr cool ist. Und dieses klassische Item verwenden, wie bei Castlevania, mit nach oben und Angriff. Also es ist sehr retro in der Hinsicht, was ich gut finde. Und ich werde mir das auch mal angucken. Ansonsten ist es ein Spiel, wo ich gerade immer so ein bisschen nebenher Zeit reinstecke, wenn ich dazu komme. Also wenn ich irgendwie ein langes Video auf YouTube schaue, irgendwie ein Podcast oder so, habe ich immer so die Spiele, die ich nebenher gespielt habe. Klassische Beispiele dafür waren zum Beispiel Rogue Legacy, Binding of Isaac, Dungeons of Treadmore und ihr seht schon, da ist ein Motiv dahinter. Also es ist dieses typische Rogue-like. Und ich habe mir irgendwann für Ewigkeiten mal Faster Than Light geholt oder es wurde mir gekauft. Lasst mich jetzt nicht lügen, ich meine, das hat mir einer von euch sogar geschenkt. Darum, das hat mir einer von euch geschenkt, meine ich, Faster Than Light. Auf jeden Fall, genau ja, 100 pro. Auf jeden Fall habe ich Faster Than Light jetzt endlich mal angegangen und es ist auch so ein Spiel, wo ich eben richtig schön nebenher ein bisschen spielen kann. Es ist, wenn ihr es nicht kennt, im Grunde, ihr habt, ihr kommandiert ein Raumschiff und die Crew dahinter und ihr fliegt eben das alle auf eurer Mission und müsst halt ab und zu gegen andere Schiffe kämpfen. Das ist ein Runden basierter. Ihr müsst halt das Schiff wirklich managen. Ihr könnt die Energie verschieben, ihr könnt sagen, was eure Manneken machen sollen. Es ist wirklich ganz cool. Es ist schwer, jetzt mit Worten komplett drauf einzugehen und jetzt keinen kompletten Review dazu zu geben. Und ja, das ist da das. Und genau, ich habe letztes Mal darauf hingewiesen, dass ich bald wieder ein bisschen Gameplay machen möchte. Einmal zu dem Hex MMO und zu Hearthstone. An Hearthstone arbeite ich noch, da gibt es noch keine Beta-Kiss für Europa anscheinend, also die rausgegeben werden können. Und ich arbeite da, dass ich da PR bekomme, dass ich auch ein bisschen an euch was verlosen kann. Und bezüglich dem Hex MMO habe ich jetzt einen Termin für die Alpha. Das ist Anfang Oktober und ich hoffe mal, dass das klappt und dass das dann gleich so wunderschönen Content produzieren kann. Ansonsten überlege ich gerade, ob ich ein bisschen Magic mache für den Kanal. Also ein bisschen Magic, Duels of the Planes Walk 2014, ein bisschen Sealed-Kampagne. Das könnte ich tun, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich meine, einmal habe ich es ja gelivestreamt, das lief ganz gut. Ich möchte eben wie gesagt nicht mehr Let's Playen, sondern irgendwas machen, was ich eben modular und episodemäßig aufziehen kann. Oder eben so One-Shotten kann, so ein bisschen Sinn von, ich zeige euch mal ein bisschen was. Also Let's Playen, wie gesagt, Spiel durchspielen, kommentiert, das ist für mich einfach nicht mehr drin und nicht mehr qualitativ auf dem Niveau, wo ich es eben gern hätte. Ich mache das gerne mit anderen zusammen, zum Beispiel mit dem Sui. Aber selbst so ein Projekt hochziehen, das glaube ich, wird einfach nicht mehr sein bei mir. Wisst ihr ja, ne? Okay, ja, das war, würde ich mal sagen, wieder die ganze Ladung Infos für euch, was gerade so mir durch den Kopf geht, Video- und Videospielmäßig. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche jetzt, bis Freitag. Es gibt Freitag, bis wahrscheinlich ein Video mit Dom. Also ich muss es, ich habe euch ja auf letzte Woche eigentlich ein Video ankündigt, wo ich eben meine Spielsendung weitermache. Muss ich nochmal hinten anstellen, weil Dom hängt mir schon im Genick. Wir möchten ein Hochdiehumpen machen, also was, wo wir ein bisschen lustige Getränke testen. Da haben wir eine ganz coole Episode für euch, vor allem, wenn ihr Fallout-Fans seid. Und es gibt immer noch diesen Hadoukas, der immer noch produziert werden muss. Also werden die auch noch kommen. Ich muss, glaube ich, den nächsten Mal echt mehrere Videos pro Woche machen, dass ich mal diesen Content durchgeschaufelt kriege, den ich eigentlich jetzt gerade im Kopf habe und auf dem Zettel. Sonst wären wir nicht mehr fertig hier dieses Jahr mit dem ganzen Content. Also, ich verlaube mich schon wieder. Ich gehe jetzt los und esse was, während das Video gleich rendert und dann sehen wir uns am Freitag. Bis dahin, bye-bye. High Five abholen. Kdusch. Und bis dahin, bye-bye.